25, 24, 22 Ja, dann er hier, ne? 27! Ja! Äh, 7! Glaub ich. Ja, da ist echt er hier der Beste, ne? Also ein 24 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 So, ähm, du arbeitest von 7 bis 22 Uhr halt Hat halt Ich kann erstmal hier Von 7 Bis 22 Uhr hat es geöffnet 15 Uhr, so, okay, gut Ich wollte gerade sagen Du arbeitest dann Auch für 17 Dollar die Stunde Ah ja, das würde ich ja nie machen, ne? Das wäre mir viel zu viel Arbeit, Alter Wenn ich dann am nächsten Tag oder so mal frei hätte, ne? Oder ein paar Tage frei hätte Dann wäre es ja wieder was anderes, aber nie Nicht mal für 17 Dollar die Stunde würde ich das machen Das wäre mir einfach viel zu wenig Ich hätte viel zu wenig Freizeit, hallo? Das geht ja gar nicht Geht ja gar nicht Sehr Zack Okay Zack Wir haben jetzt 8, ne? 8 habe ich gesagt Ja genau, 8 habe ich 8 Arbeiter haben wir Und dann fehlen uns noch 2 So Okay Hi, Kaschia Uh Äh Uh Alter Was ist denn mit ihm hier los, ey? Der ist 67 Jo, gönn dir Gönn dir War ich eigentlich eben die ganze Zeit leise? Ich weiß es gar nicht Ah, Jura Vater, du Weiß von 7 Der will aber auch für 19 Dollar arbeiten hier, ne? Mensch War dein Boy, Alter 25 25 22 24 22 So, also der 25, 7, 6 25 Ja, okay Der hier Das war dann auch unser letzter So, und dann brauchen wir noch Stockklöcks Äh, wo er hier ist? Stockklöck Oh 30 Oh, wow, wow 36 Oh 44 Janisher Der ist gut Du arbeitest Auch von Obwohl, die können wir eigentlich 8 Stunden Schicht machen, ne? Von Ja, doch, passt So, und du arbeitest für 13 Dollar Von 8 bis 7 Ne, komm, machen wir mal 7 bis Du arbeitest auch voll Die hat 49 Janitor Ah, hab ich eben Nein, warte mal Nein, ich hab bei Janitor geguckt Shit Ach man, ich muss mal Stockklöck gucken 26, 29, okay Der hat Stockklöck 36, okay Stockklöck 36, merk ich mir Seh ich Hab's gesehen Gut, du Alles klar Gott, ey Was hat das denn eben? Ja, doch Kannst du eigentlich von Ja, doch Machen wir mal so 6 Äh, so 14 Dollar Alter, bist du teuer Ähm Genau Ja, warte mal Doch, klar Die musst du ja am besten Vorher ein bisschen auffüllen Bevor es losgeht Mit dem Arbeiten Bevor der Laden richtig öffnet Also um 6 Passt schon 8 Stunden Ich hätte gern noch einen 31 hat die 30, okay 20, okay Der, äh, die hier also Zack Du machst auch mal 8 Stunden Genau Dann machen wir noch 2 Alter, 16, ey Der will sich Hier Bewerben 30 Hier, komm mal 30 Das ist was Das ist doch schon mal was Nettes 30 30 ist doch super 30 nehmen wir doch So, die arbeitet dann nämlich von 14 8 Stunden So Ich meine halt Geld haben wir Um die so zu bezahlen Würde ich mal meinen, ne Und dann brauchen wir noch mal Einen Genau 26 29 Hatte der eben Ui, ist das nett Guck mal hier So, die hast du Oh, 60 Kassierer, ey Och, Mensch 27 Dann haben wir hier einen besseren Ne 29 Genau, dann nehmen wir den hier Dabei dann auch nochmal von 14 bis Achso, 8 Stunden Genau Und du kriegst dann auch Deine 13 Dollar Die Stunde Alles klar Äh, das ist schon alles Auf 200% Eigentlich gestellt, ne Ich kann es trotzdem nochmal Überprüfen Alles 200 Auch 200 Ich lasse es mal alles so Und mache auch auf Manuell Falls das irgendwann nochmal Runter gemacht wird Automatisch Das wollen wir ja schließlich nicht Zack Alles auf 200 Ist doch schon mal schön Dann haben wir auch bald Diesen Laden hier fertig, Leute Und dann Äh Dann kriegen wir erstmal Geld Dann müssen wir halt nur noch Ein neues Restaurant bauen Dann müssen wir nur noch Ein neues Restaurant bauen Och Mann Schon wieder so viel Wieso mache ich das eigentlich Immer erst so im Nachhinein Ist doch dumm Das ist doch dumm von mir Ich hätte das machen sollen Als ich alles gebaut habe Mann Ach, das ist anstrengend Ich glaube auch Ich mache das irgendwie Offscreen gleich weiter Und wir müssen ja Irgendwann noch die Zeit Überbrücken Um einen Part Jetzt noch voll zu kriegen Es sind nur noch 13 Minuten, Leute 13 Minuten Darf ich es in 13 Minuten Alter, ich glaube nicht Ist viel zu viel Viel Zu Fucking viel Ich glaube ich mache das Echt auf Screen Aber ich glaube Es ist alles hier Auf 200% Gesetzt Also von daher Müsste ich das glaube ich Auch eigentlich gar nicht Weitermachen Ich weiß noch nicht Warum ich es immer noch Mache Ich habe das Gefühl Irgendwo kommt dann das Äh, die Ware Die nicht auf 200% gesetzt ist Ist aber egal jetzt Ach Gott So wir brauchen aber auf jeden Fall Nochmal Hier bei dem Krass Beim Maintenance Center Und unbedingt Neun Janitor Wir haben zwei Janitor Die arbeiten von 17 20 Äh 15 Stunden Wir brauchen mehr Hier zum Beispiel Die ist Ja, ganz gut dabei 56 Und der hat hier Hm So Hier schicken wir auch alle 15 Stunden Arbeit Zack Holen uns noch einen Janitor Der hier für 39 vielleicht Sehe ich noch einen Da ist noch einer 44 Okay, wir nehmen den hier Du arbeitest auch 7 Stunden Komm Hier Ist doch deine 19 18 Dollar So Das passt doch alles Oder Müssen noch Get Fat Assigned Storage Get Fat Lager Weiter Oh, das will ich eigentlich Nicht voll gebaut haben Shit Was das jetzt Voll gebaut wird Ist ein bisschen doof Das sagt ein wenig Während die hier Bauen Hier zum Beispiel Ja Ha Huh Ist auch nicht auf 200% Ist auch nicht Ist alles nicht auf 200% Gesetzt Kann es ja nicht Oh Gott Kann doch nicht Wahr sein Hier Mensch So So Ich hoffe Kommen da jetzt gerade Ganz viele Leute rein Ist jetzt das alles Auf 200% Leute Alles Ja Wir haben halt einfach noch viel zu wenig Kassierer Na viel zu viele Kassierer Für so wenig Kundschaft Weil der Laden halt gerade erst aufgemacht hat Aber Das ist schon alles Das ist schon alles denke ich mal Okay so Das passt schon irgendwie alles so Vor allem wenn ich jetzt alles auf 200% setze Wird Wird eh alles Voll Geklatscht Sein Ja was Wird eh alles Schön viel Geld einbringen So Zusammen verbunden Zusammen verbunden Zu einem Satz Wenn ich das hier jetzt alles voll aufgedreht habe Dann wird das alles voll geklatscht sein Das ist Wow GG würde ich sagen GG So was ist mir bestimmt schon 50.000 Mal in meinen Videos passiert 50.000 Mal So Zack Alles Auf Maximum Maximaler Profit Ach Gott Kann sich nur noch um Stunden handeln Bis ich hier endlich mal fertig bin Oh yeah Aha Merke Maxi Wenn du das nächste Mal eine Mall baust Und einen Abschnitt fertig hast Stelle dann die Preise Oder beziehungsweise den Profit auf 200% Warte nicht davon mit Bis das ganze Kaufhaus fertig ist Und dann machst du dir viel zu viel Arbeit Dann ist das alles viel zu nervig Und du hast bald kein Bob mehr Ach Gottchen Wir sind schon bei 1.33 Okay Zack 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 Haben wir eigentlich genug Parkplätze? Ich glaube schon Wir dürfen genug Parkplätze haben Eindeutig dürften wir genug Parkplätze haben Ich wusste halt gar nicht Dass wenn wir neue Straßen bauen Also frei bauen Dass wir dann bessere Arbeiter bekommen Das war mir einfach so null klar irgendwie Hätte ich das mal früher gewusst Dann hätte ich das schon Ewigkeiten gemacht Ey Kann ich auch irgendwann mal alle feuern? Alle Und wenn ich alle vier Straßen gebaut habe Alle vier Straßen hier zu unseren Leuten Oder zu unserem Hauptteil führen Dann Ja Würde ich sagen Holen wir uns nochmal die Besten der Besten Die Besten Der verdammten Besten Yeah Zack Zack Das ist schon auf 200% Okay Wow Endlich mal wieder was Was auf 200% war Gut dass ich vorher nicht aufgehört hatte Ne Nicht ganz Sondern wieder zurückgekommen bin Zu dem Profitfenster Denn sonst hätten wir bestimmt Nicht so viel Profit Alter Geil Wir haben guten Profit Sehr sehr schönen Profit Leute Das ist gerade das erste Mal Dass ich oben auf diese Profitzahl gucke Seit Ich diese Aufnahmesession begonnen habe Das heißt seit anderthalb Stunden Habe ich nicht einmal da oben auf diese Profitaufnahme Oder Anzeige Geschaut Ja Das war's Mehr sag ich nicht Seit anderthalb Stunden nicht einmal auf diese Profitanzeige geschaut Nice Und ich wusste einfach Das Geld Wird reichen Hundertprozentig Wird das Geld reichen So Ich mach das jetzt noch bis zum Ende des Parts Alter Bis zum Ende dieser Aufnahmetischen Das heißt noch 5 Minuten Wenn ich dann nicht fertig bin Mach ich den Rest offscreen Weil das wird echt nach einer Zeit anstrengend Also Ah Übel anstrengend Wie gesagt Ich will jetzt halt die restliche Zeit noch kurz rumkriegen Mehr können wir halt jetzt erstmal nicht machen Außer halt Ihr könnt das hier die ganze Zeit beobachten Wie ich Äh Oder wie die Leute da einkaufen Wie viele es sind Das hab ich darauf gar nicht geachtet Das muss ich gleich mal Da muss ich gleich mal drauf achten Wie viele Leute Einkaufen waren Wie viele Marktplätze so circa verbraucht werden Das wäre immer interessant zu wissen Und die Leute gehen aber auch langsam ne Wenn du mal überlegst Du brauchst eine halbe Stunde Oder die Personen brauchen eine halbe Stunde Von hier bis hier Und ich mein so groß ist das hier jetzt auch nicht ne Kein Weg von einer halben Stunde Die sind halt übel Langsam Dafür dass die halt eigentlich Ja Alter wir haben voll Wow Dafür dass die halt eigentlich Auf Tempo mal drei gestellt sind Das ist halt Guckt euch das mal an Wie langsam die sich bewegen Ich mein das ist schon Das ist schon echt langsam So langsam geh nicht mal ich Und ich geh echt Verdammt langsam Also echt Echt ein bisschen sehr langsam ne Hier kommt Leute Ist nicht euer Ernte So wir haben Guten Parkplatzverbrauch Ich glaube das ist sogar schon zu gut Wir brauchen bald wieder neue Parkplätze alter Weil wir so verdammt viel Haben So was kann ich hier jetzt eigentlich mal Genau Futterlook ist voll Und zu wenig Restaurants Oder volle Restaurants Das heißt ihr wisst was wir im nächsten In der nächsten Aufnahmesession machen werden Wir werden ein riesiges Restaurante bauen Bits eher Fastfood-Restaurant halt Ach Gottchen ey Das wird noch was Nachdem ich das hier endlich alles mal fertig gemacht hab Ey Oh Gott Aber wir machen echt alter wir machen halt übel guten Profit ne Wenn ihr mal Darauf achtet Wir haben Oh Zwei Prozent werden nicht wieder zurückkommen Warum auch immer Vielleicht weil noch nicht alles aufgefüllt ist hier an Regalen und so Schätze ich jetzt einfach mal Wir hatten aber insgesamt ganz gute Kunden Und über 1000 Und ganz gute Sales Über 1000 Sogar über 1100 vielleicht oder Ich weiß es nicht genau Aber wir hatten auch ganz guten Profit Also alles Alles Fresh würde ich sagen So wir machen das jetzt noch schnell weiter Äh An dieser Part ist halt eher geprägt von Langeweile Weil Weil Ja So viel Profit Kacke ändern Ah Wir haben in diesem Bad den Laden geöffnet ne Also ich meine Das ist auch schon mal was Das ist doch auch schon mal etwas Positivet Etwas was den Bad vielleicht ein bisschen hochbuscht Von Der Spannungskurve her Aber nein Glaube ich nicht Ist eher nicht so Ach man eh Gut Leute Wir sind bei 1,39 Alles klar Äh So Ah komm Diese machen wir noch hier Diese Reihe noch Von Sliced Bread Und diesem einen Cannon Food Cannon? Kennet Also Wie viel haben wir davon Ach komm Dann machen wir die 4 Can 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 Food Denk Weiter So Zack Leute Und jetzt würde ich sagen Ich hoffe es hat euch gefallen Ach ja Wenn ja Hat es euch gefallen Ich hoffe es hat euch gefallen Wir sehen uns bei Das nächste Aufnahmesession wieder Out 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 Drain Drain Out Drain